So, da sind wir wieder. Ich bin, hab ne ganz, ganz kurze Pause gemacht. Und, äh, ja toll. Musst du nochmal neu starten. Und, äh, ja, Glückwunsch. Die Dinger sind wieder da. Gut, äh, ja. Äh, hier längs. Dahinter hatte ich schon, ne? Oder ist die auch wieder da? Nö. Hä? Was? Oh. Hm. Gut. Gut, dass ich nochmal geguckt hab. Ah, das hier. Macht man sich die ganze Arbeit und dann passiert hier das nichts. Jetzt wird nichts registriert. Gibt's ja nicht. So. Durch hier. Oh. Gibt gleich Heilung. Oh Gott, ne mal mit. Weil was können. So. Kurz angeklopft. Ah, okay. Klettern. Nein, nein. Noch einen runter. Nje. Nje. So. Uh, ha. Der Schwimmbad. Was wäre das? Die Bademeiße? Juhu. Ach, übrigens, ich hab versucht, das mit dem... Deswegen hab ich den Neustart ja gemacht, mit dem Mikro mal hinzukriegen. Ich hoffe, das ist jetzt vom Ton her... ...a weng besser. Also von meinem Ton her. Auch wenn's wahrscheinlich keinen interessiert, weil man wirklich nicht hören will. Aber es ist egal. So, haben wir das zumindest geklärt. Äh, ich hör noch was. Ach, da... Ach, guckst du? Da drin sind auch welche. Hallo. Äh. Ah, ich wollt grad sagen. Das sah doch nach mehr aus. Jetzt haut der ab. Und einer wollte sich von hinten nähern. Aha. Hui. Ja, gut. Um die Ecke springen ist ein bisschen doof, seh ich ja. So. Sehr gut. Okay, drehen wir am Rad. Äh. Äh. Warum... Äh? Warum hat er das nicht genommen? Nein. Genau andersrum. Ach, jetzt hat er es genommen. Schön, ne? Äh. Kriegt er das hin? Ja. Können auch ein bisschen schwimmen gehen vorher. Kriegt er das hin? Oh. Also, wir müssen von hier nach da... Ja, tatsächlich, kriegt er den sehr gut. So, weil dann kann ich nämlich das Ding da ran schmeißen. Das kriegen wir noch nicht hin, aber dann kann ich nochmal eine Runde drehen. Ja, wie gesagt, ein bisschen auskennen, tue ich mich ja. Ja. Ja, das war gewollt. Das war definitiv gewollt, ja. Also, ich hätte es gewollt, wenn ich irgendwann die Möglichkeit dazu gehabt hätte, es zu wollen. Ja, was ist denn jetzt? Kommt er jetzt oder nicht? Gut. Ja, jetzt müsst ihr euch auch anstrengen, mich zu kriegen. So ist nun nicht. Okay. 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 Allzu einfach will ich es denen nicht machen. So. Dann mal hier und da. Und rein in die gute Stube. Jetzt hauen die schon ab. Was ist denn da los? Okay. Und da unten ist was. Jawohl. Danke. So. Und du? Da. Hopp und hopp. Na, komm. So ist gut. Brenne. Brenne. Hö. Okay, das war jetzt für so einen Hinterhalt war das jetzt aber ein bisschen mau. Aber gut, ich will mich nicht aufregen, es kann ja definitiv schlimmer kommen. Ich kann sagen, ich höre doch was. Ah, toll. Ja, okay. Wenn man sich nicht mit dem, was man kriegt, zufrieden gibt und meckert, dann gibt das definitiv direkt einen aufs Maul. Mann, ich war doch gerade dabei, den hier einen zu verpassen. Er kann kokeln, das ist gut. Ja, das meine ich. Dreckser. Hat er mich erwischt? Mann, warum? Äh, den wollte ich jetzt gar nicht, Entschuldigung. Den wollte ich. Ah, eine rechts, eine links und eine von unten und eine von oben. Sehr gut. Hm. Ach ja, und hier ist jetzt, ähm, ja. Ja, danke. Das wäre mir auch so nicht aufgefallen. Ja, guck erst mal auf die Uhr, wie spät es ist, genau. Aber jetzt ist, ja, okay. Abgrundrüstung. Juhu. Glaube ich. Ja, das ist gut. Ist hier noch irgendwas? Nö. Planschen. Hui. Wo sind sie hinter? Oh, Fischchen. Fischi. Kein Fischi. Doch da, Fischi. Noch Fischi. Auf so'n kleinen Stück gleich drei Stück. Mein Gott. Wenn das Aquarium wäre, wäre es aber echt unfair. Oh, toll. Toll. Wie jetzt? Was soll das denn? Ich komm hier nicht raus? Muss ich mit Anlauf oder was? Hui. Äh, wenn dann hier. Ich, ich, ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Hä? Aber es gibt keinen anderen Ein- oder Ausgang. Äh? Äh? Ach, ich vergesse den Doppelsprung. Ja. Hm, ich hab die Pause gemacht. Ja. Hm, merkt man vielleicht. Okay, ich brauch aber noch was. Ja. Aha. Ich hab ja doch gesehen. Ach ja, stimmt. Da komm ich nicht lang. Wegen I hier, ne? Ja. Wegen Drü... Düse. Halt. Die muss ich erstmal abschalten. Hat gute Stück. Ah, Abgrundrüstung? Nee, der Schnitter. Erweitert die Anzahl der Seelen, die eingesammelt werden. Okay. Ich bin jetzt erstmal mit dem Heilen eigentlich ganz zufrieden. Hallo? Hallo? Gar kein Fisch mehr? Was ist denn da los? Fisch wurde alle, oder was? Nee. Palim, palim. Ein Zornpunkt. Yay. So. Jetzt ist ja Schluss mit luftig. Oh, war das ein dezenter Hinweis. Könnte ich da jetzt lang? Ich weiß es nicht. Ich muss es ausprobieren. Was ist das denn hier? Kommt ihr denn her? Halt. Nee, da lang. Jetzt ist aber hier... Jetzt ist aber hier... Hier ordentlich was los. Nee, ist keiner mehr. So, jetzt komme ich hier lang. Jawohl. Ah. Schlüssel. Ja, aber danke schön. Das kann man immer gebrauchen. Na, komm. Achso. Bäh. Ah. Ja, ich sollte mich auch ein bisschen auf der Minimap... ...den Blick drauf gleiten lassen. So. 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 Guten Tag. Machen sie mal auf. Okay. Der Power-Handschuh. Willkommen im Fallout. Was? Na, Mensch. Jetzt wissen wir, wie wir die weißen Objekte wegkriegen. Okay. Tremor-Handschuh. Ja, ich gebe es. Ja, es ist kein Power-Handschuh. Ja, ich weiß. Äh. Ah, Glückwunsch. Was willst du denn? Daneben. Ähm... Hallo? Könnt ihr mal aufhören, mich immer so zu unterbrechen? Ist ja schlimm. Ja, toll. Jetzt bin ich jetzt... Jetzt bin ich nicht mehr drin. Siehste? Haha. Komm, so mei hier. Es wird geritten. Ja, komm. Da. Kriegst du aufs Maul. Jawoll. Hoppla. Ich glaube, mein Pferd hat was verloren. Du gibst Ruhe. Stößt du. Feuer, gemein. So, jetzt hier. Räum mal auf. Ich seh nix. Oh. Ja. Wenn's Pferd nicht mehr spurt, weiß man Bescheid. Wedert... Ah, hallo? Jetzt aber... Wollt ihr denn jetzt plötzlich alle hier... Soll ich den selben Scherz nochmal machen? Komm her. Na los, komm. Gut, komm her. Los. Ja, lernt ihr fliegen. Oh. Ihr habt jetzt Pause. Es hat nur noch ein Horn, aber dann so ne Klappe. So, jetzt aber. Halt, der lebt noch. Hornblatt. Jawoll. So, brauche ich den nicht mehr. Zweite Horn und Koppa. Ist jetzt hier Ruhe? Scheint so. Mann. So. Huio. Lapp. Danke. Gibt's denn hier? Ach ja, Schlüssel muss es ja geben. Ja. Da war ja ne Tür. Und hepp. Jo. Ja, wo geht's denn hier rein? Also, wenn du mal den Bahnhof suchst, ne? Das ist... Einfach da am Weg fragen ist ja auch nicht. Okay. Under the sea, under... Oh, warte. Halt hier. Da geht's wieder raus. Und jetzt bin ich... Ich könnte sagen, ich höre doch irgendwas. Der haut schon wieder ab. Jo. Ach, okay. Alles klar. Ja, erstmal... Erstmal kralle ich mir ja alles, was es hier gibt. Ob ich's brauche oder nicht, ist egal. Dann habe ich hier keine Truhe mehr, die mich in die Irre führen könnte. Na, toll. Gut. Dann geht das mal eben schnell los. Wie gesagt, die meisten Rätsel kenne ich ja doch schon. Das Ding brauche ich. Ja, gut. Kann ich auch normal brauchen. Ja, stimmt. Ich habe vergessen, dass ich Treppen nicht hochgleiten kann. Was ich nachvollziehen kann. Huch. Ja, genau. Dann erre ich mal und... Boom. Komm, komm mal her. Ja. Ja, wir müssen reden. Na. Das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Weil ich möchte dich gerne da drüben haben. Das Problem mit dem anderen, das ist zu hoch. Das heißt, mit dem gehen wir erstmal hoch. Aber hier könnte ich nicht rüber. Weil, äh, das ist immer noch so. Wie, das war's schon. Aber nicht viel. Na, Glückwunsch. Ich glaube, da muss ich aber auch so rüber, ne, oder? Ich glaube ja... Wie kam ich denn da jetzt nochmal hin? Von da her, komisch ja. Oder muss ich doch springen? Also, ne, wie gesagt, hundertprozentig. Oh, ich kann doch Treppen gleiten. Okay. Uiui. Uiui. Ah, okay. Ach, guckst du, das ist das. Ja, ne, mal mit. So, irgendwas muss es ja gut sein. Uiui. So, ich fürchte, aber hier klappt es nicht mehr, oder? Doch. Na, Mensch, das geht ja hier. Ah, ja, Schlag auf Schlag auf Schlag. Mensch. Wie hat das nicht geklappt? War ich nicht kräftig genug? Ach, da ist der Zaun. Ja. Mhm. Schade. Mhm. Vielen Dank.